Sind sie wieder dabei, irgendwas zu entdecken? Bist du dir sicher? Ich kann ja noch auf Sachen ballern Erstmal auf Gandalf schießen Jaja Wobei man sagen muss, dieser Abschied hier ist im... Das sind dunkle Zaubersprüche, Gandalf Halt und voll Hass Wie Gandalf sich aufspielt, ne? Ja Vor allem, Gandalf fährt jetzt erstmal... Dein Schwert am Stab Wir speichern hier besser mal Ist das normal, dass der ganz ungekippt ist? Du hast die Figur da? Ja Ja, da dachte man speicher Ich glaube das war so sauer darüber, dass du gerade gespeichert hast und fort... und fortgefahren hast, dass es... Es konnte sich nicht mehr halten Nein Ein dunkles Jumperant Aha, das war jetzt knapp Ja Soll dich da oben festhalten, du dämlicher Knütsch Soll dich da oben festhalten, du dämlicher Knütsch Ja, du kennst ja auch die Dego-Spiele, ne? Ja, 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 hm? Och Mann, ich stehe zu nahe davor Das war doch jetzt Assi Warum, was ist da eigentlich gerade passiert? Ich bin erstmal instant gestorben Ja Ja, und wo ist der andere jetzt? Ach, da gab es da hinten noch irgendwo rum Okay Ui Eine Leuchte Eine Leuchte Vor allem, ne? Das Skelett lacht einfach noch Ah, hier muss ich was anzünden, alles klar Oder halt die Fackeln mitnehmen Was, noch ein Minikit? Oh, Valdi, du bist ja gerade richtig... In... In Höchstform, ne? Ja Mir ist der Begriff gerade nicht eingefallen Ein bisschen zu Denn da, wenn du da bist Beim... Blauen Ding da, was das ist Oder was ist H? Schließt du damit, oder? Ja So, sehr gut Dann... Ja, guuuuut Hä, wie steuerst du das eigentlich, dieses Fadenkreuzen? Auch, dann mit der Tastatur, dann wird das... Von der Bewegung weggenommen Von der Fußbewegung weggenommen, den ganzen Spaß Oha, das war grad knapp Okay, und den Schleuer ist ein bisschen mit WASD das mit, oder was? Genau Okay Ja, oder was? Aktivieren 3 von 3 Kommt ja gar kein Geld Für's Kopf Und du Und an dich auch Tschüss Jetzt gehen wir mal weiter der Story hinterher Gehe ich da eigentlich hin? Ich glaube in den Tod Oh Gott Oh 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 Warte mal ne, du hast doch gesagt, es ist schon so lange her, dass du schon mal da warst Ja Da wo ich eben war Da kam ich da zu dem Zeitpunkt nicht weiter Achso Und da kannst du jetzt halt die Story weitermachen mit denen, oder wie? Genau Das nächste Minikit O Oh Die ist heute immer besser Der rennt einfach schon vor Wohin du schützt's hier hin? Das ist mir wieder zurück. Aber, 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 wie wollte ich doch eigentlich, ich will jetzt zurück drauf, Aldo? Da ist ein Minikit. Was wird denn nur angedeutet? Ich meine, das ist ein Schatz davon. Das ist aber das machen wir die Blumen kaputt. Erstmal die Blumen kaputt machen, dann wird er schon, dann kriegt man schon das Minikit. Hawaii, das wäre doch geil, wenn im echten Leben auch einfach so, du haust irgendwo drauf mit einem Schwert und dann kommt Geld raus, oder? Tja, dann wären wir schon alle Millionär. Ja. Radargas dran, wenn nicht so blöd im Weg. Ich glaube, ich muss ja mal den wechseln. Aber erst will ich hier noch ein bisschen randalieren. Mal randale. Hast du das gerade gesehen? Was? Da vorne hängt, da ist eine Fledermaus, die ich heilen muss. Eine Fledermaus! Was? Du 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 du? Da. Was hat er mir denn verletzt? Ich bin ja nicht müde oder so, ne? Nein, nein, was habe ich gemacht? Was heißt, äh, ich bin auch, achso. Wo geht es hier lang, verdammt mal? Keine Ahnung. Ich denke mal einfach geradeaus, oder? Hier brauche ich noch einen Charakter für. Leute, das ist zu laut. Ich habe noch richtig Moneten verdient. Oha. Was wollen wir denn jetzt hier machen? Wir laufen einfach mal zurück. Nein. Was ist los? Ich habe es geschlossen. Aldi, ich habe es geschlossen. Ups. Aber ich könnte E0 beitreten. Ich will hier Wünzen haben. Ich will mir nämlich Gollum kaufen. Ich habe es geschlossen. Ich habe es geschlossen. Ich habe es geschlossen. Oh. Oh, wie bitte komme ich jetzt da hoch? Nein. Kann man das mal auch mal verraten? Nein. Muss ich noch mal kaputt ballern? Ja, muss ich. So ist es immer gut, alles platz zu ballern. Was ist denn da vorne für Stürme? Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Vielen Dank.